USMZ Service am Netz Warten wir mit dem Hubschrauber fort Okay Die haben jetzt eventuell ein Al-Assad entdeckt Okay Helles Und somit Halli Hallo zum neuen Let's Play von Call of Duty Modern Warfare Remastered Ich hoffe euch gehts gut Schreibt mir bitte gern was in die Kommentare Demoralisierung Tag 3 Ich bin ein Durganer Yeah Oh Granatwerfer Geil Yippie Sind das meine Panzer? Ich weiß es nicht Nö ne An alle hier Adlerauge Wir sehen feindliche Panzer in Palmheim westlich des Flusses Wieder geschossen Raketenwerfer auf den Lächern Reichter Panzer ausschalten Jackson Wurden Wir haben Raketenwerfer auf den Lächern Luftabwehrkanone auf dem Dach Und Wurden 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 ich will sie dranbleiben ich bleibe hier nein ja ich glaube wir haben schon gleich abgeschossen hinten ist flack die signalisieren ihre position mit grünem rauch achte dabei auf verbündete beim farbigen rauch das war gar nicht so schön Maserbeschuss! Achtung! Kande Zone nicht sicher drehen eine Schleife in drei Minuten Ach ne, dann müssen wir uns Ziele auf offener Fläche crazy ja vor allem schieße ich den auf dem rücken normalerweise müsste der explodieren wenn der Raketenwerfer Munition hinten auf dem rücken hat hier ne schießt die ganze Zeit auf die Munition jetzt explodiert er Achtet auf verbündete beim grünen rauch im ersten stock holen wir unsere jungs da raus na los durch die steinwand kann ich nicht schießen hier war grad jemand hier war grad jemand was machen überhaupt meine Teamkollegen ey ihr bednässer habt ihr euch grad noch ne ne inkontinenzwintel ran gemacht oder was achte dabei auf verbündete beim farbigen rauch ey Mörserbeschuss! Achtung! Kande Zone nicht sicher drehen eine Schleife in drei Minuten weiter! nahe dieser Fiegel! in der Grund! mach mich mal in der im die 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 ist er und mixen ohne mich ist ja nix los großen teils ich wollte schon sagen dass er jetzt weiter läuft da komm nach leute erzielt wie unsere jungs daraus dann schlafen sie nebenbei ein müssen wir noch etwas inkontinenzmaterial ran machen ja schön raketenwerfen und die munition ja nice und das ist das ist ein kamerad los geht's mal da ist noch eine ja klar rennt er weiter achtet auf verbündete beim grünen rauch im ersten stock wollen wir unsere jungs da los findet das über die mauer drüber springt nicht wird das die 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 Erdgeschoss, ja, dann müsst ihr mir aber auch mal zeigen, wo die sind. Nein, hier sah noch. Wow, fuck. Ja, zur Schlusslinie, Mann. Kummer. Woher denn? Oho. So. aber und nice bewegung 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 sie haben sie gerettet jetzt gibt es wieder eine mögliche atomwaffe in aller satz palast im westen entdeckt nukleare noteinsatzteams sind unterwegs alle zurückziehen bis die waffe als sicher eingestuft wurde jetzt dürfen wir anhalten und die retten das bedeutet jetzt absetzen noch mal neu verstanden 25 seien sie vorsichtig für den fall einer nuklearen explosion sind sie im gefahren fällt haben sie verstanden alles klar 25 ihr seid dran holt den piloten daraus wenn ihr könnt weiter gehts den holen wir uns vor sich zweifeln feinde kommen zur absturz stelle südwestlich eurer position ist er jetzt gegen das ding gerannt oder was der wiese hat das denn aus wo denn das ist sehr nix oh baby die 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 Sofort der Haustag. Die Hebel Seckung. Bewegung. Los zum Rufschrauber. Wir kümmern uns hier drum. Los. Hinter dem Wassers hier Outlaw 25. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, sich zu verdrücken. Over. Verstanden. Sind unterwegs. Feuerschütz. Ui. Outlaw, hier Kommando. Wir haben eine mögliche atomare Bedrohung in der Hauptstadt. Auf Mindest-Sicherheitsabstand gehen bis durch interäure Moteinsatzteam. Die Situation freigeht. Los, los. Ladies and gentlemen, hier spricht der Kapitän. Wir erwarten von turbulenzen Fizzhalten. Jake, wir fallen schufe. An alle US-Streitkräfte. Wir haben eine bestätigte nukleare Bedrohung in der Stadt. Einsatzgruppen sind verorten und versuchen zu entschärfen. Wiederhole. Wir haben... Fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. okay. weg. 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 Untertitelung des ZDF, 2020